So, schauen wir uns mal die Freispiele an jetzt, ob hier jetzt mal mehr passiert. Ich meine, Kenntun war sie ja inzwischen. Irgendwie im letzten Dreh haut er noch immer mal was raus, wenn die ganze Zeit nichts kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 30 Euro, 2 AGs, 10 plus 2 AGs, schön, ja, bin mal gespannt, aber zumindest haben wir schon mal einen Einstiegswert, schön, da wird wahrscheinlich in den Freispielen jetzt nicht mehr so viel passieren, ist ja meistens dann leider so, oder? Oder überrascht der mit irgendwas? So, naja, ist natürlich jetzt in den Freispielen nicht mehr so viel passiert, aber gut. Oh, neues, neues Glücksradier. Na, ich muss nicht drücken, ich drücken, start. Das ist cool gemacht. Oh, schade. Ich dachte gerade, der schiebt einfach mal weiter. Jawohl, nochmal 6. Na, und jetzt nochmal 6. Oh, der hat aber jetzt viele Nieten gegeben, leider. Aber immerhin. Oh, die Kiste ist leer oben. Was soll wir jetzt? Berühren Sie einen Gong und finden Sie drei identische Pandas. Na dann, fangen wir mal an. Panda 1, das ist grün, das ist der Mini. Grün und, lass mich raten, nochmal grün. Nein, rot. Rot wäre Grand, der große. Oh, komm, nochmal rot. Blau, blau. Und jetzt kommt grün. Achtung, ich wusste es. Aber wir haben es mal wenigstens gesehen. Na, schön. Schön, schön. Da ist ja mal ein bisschen was passiert. Ich finde, ich bin ganz unterhaltsam. Aber gut, das Gerät liegt jetzt auch angemassen. So, ich schaue mir nochmal andere Spiele an. Und sag mal, bis gleich. So, machen wir mit dem nächsten Neuspiel weiter. Blue Moon. Schauen wir uns das mal an. Dann haben wir auch mal wieder einen Einsatz. 40 Cent, das ist der Gewinnplan. Dresskitter lösen Freispiele mit Refill aus. Also, sowas wie bei Ghost Slider oder so. Schauen wir uns mal an. Oh, hier ist keine schöne Musik, die mitläuft. Ist wieder sehr nüchtern. Ach so, der macht Refill. Ist die Frage auf den Freispielen, was da noch Besonderes passiert. Ich mach mal grad ein bisschen schneller, weil bis jetzt das Spiel nicht so. Ich mein Fall. Ich interessiere immer, was in den Freispielen kommt, wenn wir sie denn kriegen. Und... Ach so, falls 1, 2 und 3 sind, die Scatter. Das hab ich dachte gerade... Das erklärt natürlich, warum der gerade nachgedreht hat und eben nicht. Ich überleg gerade, ob das sowas wie dieses... Ach, da gab es so etwas mit Drachen. Was ja auch so war. Ob das so... Ob das... Okay, wir haben 3 Scatter. Ob das so wie dieses Drachen-Spiel da ist. Ich komm jetzt auf den Namen, nicht? 10 von Grusps-Skatter-Symbole, okay. Ach so, da oben jetzt sind die Frau und der Mann. Sind zusätzlich noch Scatter geworden. Wie gesagt, Leute, ich sitze das erste Mal hier vor. Ich kenne das auch noch nicht. Ich dachte mir, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Ach so, schade, die Scatter gehen nicht in Kombi. Oh, Verlängerung. Und nochmal vier Scatter-Symbole und fünf weitere Freispiele. Oh, schön, nochmal. Ach so, jetzt gibt es ja auch bis zu... Fünf Scatter gibt es. Sonst sind es im Basisspiel ja nur drei. Ist auf jeden Fall anders, meine ich, wie das Drachen-Spiel. Aber es hat am Anfang erstmal so gewirkt. Und vielleicht noch mal eine Verlängerung. Nö, aber okay. Steigen wir mal ein bisschen den Einsatz. Wenn wir mal auf 60 sind. Scheide. 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 Ich gehe mal auf 1€ Jetzt werden wir ein paar Freispiele stellen Voll am drücken hier Autostart rein Jetzt geht es wieder schwer bergab hier mit meinem Guthaben Na gut mach ich nochmal was anderes Bis gleich beim Spielball Hier oben Blup Dann kommt Burning Chance Burning Skies Ja schauen wir uns das doch mal an was es ist Burning Chance Was ein bisschen interessant bleibt Mal ein paar Runden ausprobieren Sterneskatter aber nur für Beträge nicht für Freispiele Gibt es ja hier Keine Achso so seht ihr Gewinnplan hier Supa 3€ 3€ 3€ 3€ oh 30 schade grandios wenigstens mal wieder ein bisschen was wieder das kann grandios weiter gehen schade muss man kurz einen break machen ich probiere noch mal ein paar runden aber ich wechsle gleich da lieber mal die anderen spiele anschauen da sind bestimmt noch interessanter dabei weil das ist einfach nur hier ein früchtespiel wieder so zum runterroppen 7 Euro mal und oh die 7er schade nehmen wir lieber mit für die ohne vorwarnung so plopp einfach pause na gut bis dann machen wir mal weiter hier gucken was Merkur sagt Novo lief ja schon ganz gut schon mal in der Zeit ein bisschen mehr Geld aufgebucht damit wir ein bisschen die Zeit besser nutzen können ich mach jetzt mal 20 Euro also bis 20 hier das Spiel ach so hier hatten wir noch keine free games genau hier konnte man ja dieses risiko machen mit den free games mit 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 da geht ja wieder stimmt das free games oben aber da noch nicht so viele da kommt echt gar nichts bonusrisiko geht sowieso im keller ich habe es gewusst 145 cent haben wir auch noch eins ok ist der gewinnplan noch mal dazu drei bären ein paar fische 1 80 da war ja noch 4 euro dabei auch schon gern mal die freispiele ja 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 ich muss noch kurz einen break machen ja 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 ja